Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomaten, Suppe oder Kartoffelei in einem Gemälde. Denn, wisst ihr, vor ich Angst habe, davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht werden ernähren können, braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört. Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen. Wann ist der Punkt der Reisen, an dem ihr hinten macht, wann ist der Punkt der Reisen, an dem ihr hinten macht, und nicht einfach noch weiter machen.